Was ist denn da angekommen? Eine Mikrowelle. Technik zum genießen. Was ist da gekommen? Ist noch was gekommen. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Der, falls sich jemand verletzt, falls Jonas zum Beispiel beim Schneiden ausrutscht und auf die Schere fällt. Und auf die Schere fällt. Mit dieser Schere. Genau, mit dem schneide ich die Filme, die wir hier immer. Genau, mit dieser Schere wurde auch schon Alfie kastriert. Wir benutzen tatsächlich dieselbe Schere zum Filme schneiden, zum Analogfilme schneiden, als auch um Tiere zu kastrieren. Was wir hier auch, wir sind nämlich eine Produktionsfirma-Kastrationsagentur. Und wenn Jonas jetzt die Kamera drehen würde, würdet ihr einen Menschen sehen, der kastriert wurde. Moment, Moment, ich dreh die Kamera. Ich muss jetzt natürlich hier mal durchgehen, ob alles komplett ist. Und was gibt es da drüben? Wir machen Nudeln mit Sahnesauce und Champignons und Zwiebeln. Geil. Simpel, aber lecker. Boah, warum ist das hier so sauber, Alter? Boah, das ist so richtig sauber hier. Hm, warum ist das wohl sauber hier? Weil du sonst gemacht hast. Und hier drüben haben wir unten bestimmt unsere neue geile... Oh, das ist der Robert, Tag 10. Und unser Küchendienst. Ich weiß nicht, ob ihr Mario schon kennt. Was ist hier unten los? Was ist hier unten los? Warum ärgerst du meinen Hund, oder? Das ist nicht dein Hund. Das ist mein Hund. Uh, uh, uh. Hallo. So. So. Hm, gut. Jonas, warum ist das so kompliziert? Jetzt machen wir einen Zeitraffer, zwei Stunden nach vorne. So, Alper, wie sieht's aus? Ja, jetzt willst du nur meinen Fehl. Es ist... Wir hatten nur Haarschlagsahne. Und das macht man normalerweise mit Creme Fraiche. Dadurch ist es sehr flüssig geworden. Der Käse hat sich auch... Aber es ist trotzdem lecker. Jonas, was ist denn... Jonas, was ist dein Zwischenfazit? Hm, das ist schon lecker. Ja. Auch wenn es jetzt nicht die beste Präsentation ist, auf dem Teller. Ja. Würdest du sagen, es schmeckt trotzdem ganz gut? Hm. Ja, das freut mich doch. Mach mal dein... Hm-Gesicht. Hm. Hahaha. Oh, boah. Das ist nicht lecker, Joni. Ist okay. Ich muss es nicht sehen. Ach, scheiße. Ich muss es doch schon wieder schneiden. Geschneit ist es, ja. Da hinter dir. Was? Das da. Ach so. Das ist dein Mikrofon. Guten Tag. Hallo. Ja, Frecki. Hallo. Das sind unsere neuen Podcast-Mikrofone. Ja. Erzähl mal ein paar Spekt. Oh ja, ich hab da drauf gehört. Das ist eindeutig jetzt deins. Erzähl mal ein paar Spekt. Boah, du tust so, als ob ich eine Datenbank wäre. Ich hab tausend Sachen bestellt. Ich glaub, ich kann mir von jedem Scheiß alles knacken. Du bist der Kack-CD-O. Ja, wie sieht unsere finanzielle Lage gerade aus, Marius? Minus 20.000. Der Heimwerker-King. Ja, das bin ich. Was machst du? Ich check unseren neuen Feuerlöcher aus. Und versuch, ob ich den dir an der Wand befestigt wird. Wahrscheinlich so. So, das explodiert gleich. Ich sehe, dass du kommst. Das hier kommt so an die Wand. Und dann wird der Feuerlöcher dir eingehackt. Aha. Ja. Das ist das ja. Ja. Aber ich bin dafür, dass wir das erstmal bei dir in einem Spinn-Zwischenlagern. Dann bist du der Feuerwehrmann. Du bist der Feuerbeauftragte. Nein. Du bist der Feuerbeauftragte. Doch. Du machst doch immer Feuer. Ordentliche Abstimmung. Wer ist dafür, dass Alper... Brandschutzbeauftragter. Brandschutzbeauftragter Alper Tourfang? Ich. Bin ich gerne. Okay. Absolute Mehrheit. Ich bin gerne. Ich bin aber jetzt der Brandschutzbeauftragte. In der Küche ist das Ding am besten auch oben. Ist es? Ja, tatsächlich. Wo hängen wir denn auf? Wir können doch hinstellen. Ja, stellen. Stellen ist besser. Da müssen wir nicht bohren. Stellen neben die Spüle. Die meisten Firmen werden sowas als Türstörer benutzt. Weiß ich gar nicht mehr, an wen du redest. Was in welcher Firma macht man das denn? Ich weiß auch nicht. Das darf ich leider nicht sagen. NDA. Hier sind wir die Prank-Boys im Haus. Heute haben wir einen ganz besonderen Prank. Und zwar hauen wir unseren Kollegen Marius voll in die Pfanne. Also, ihr Pranks da draußen. Guckt zu bis zum Ende. Das ist der krasseste Prank, der jemals in der Geschichte aller Pranks gemacht wurde. Krasser als der kill your best friend Prank. Prank. Er kommt nicht mehr raus. Er kommt nicht mehr raus. Ein Türschloss. Das hat echt so ein bisschen funktioniert. Was für ein genialer Prank. Jonas. Jonas. War das der genialste Prank aller Zeiten? Oh, was ist der genialste Prank aller Zeiten? Oh, was ist der genialste Prank aller Zeiten? Prank, Prank, Prank. Prank. Prankstar 3 Punkten. Und was sagst du dazu, Alfie? Ja, wir haben große Neuigkeiten. Lieber Jonas. Was ist hiermit schief gelaufen? Das ist eine Micro SD Karte. Das ist eine GoPro. Und dann steckt man die da rein und dann funktioniert das. Denkt man sich natürlich. Aber jetzt haben wir einen zweistündigen Podcast aufgenommen und quasi wieder ein Flashback erlebt wie damals bei Game of Thrones, als wir die komplette Folge nochmal neu machen durften. Und zwar hat dieses verfluchte Ding einfach nicht das da drauf aufgenommen. Es hat geblinkt. Es hat geblinkt. Wie bei einer Aufnahme. Und es ist eingefroren irgendwann. Ich weiß auch nicht. Anscheinend wird das Format nicht unterstützt, dieser Karte. Also, was ist jetzt die Problemlösung? Wir sagen jetzt au revoir. Schön bis morgen früh. Nehmen wir den ganzen Podcast nochmal auf. Genau, das tun wir. Jonas, wie fühlst du dich da mal? Scheiße. Jetzt hätten wir kein anderes Scheiß zu tun. Also stellt euch mal vor, ihr setzt euch eineinhalb Stunden, zwei Stunden hin und dann podcastet ihr und nehmt das auf und dann stellt ihr fest, dass das alles umsonst war. Ich will jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber wenn es jemanden schuld ist, dann niss ich dir auch. Fuck you. Das war dein Karte. Nein, nein, wer schuld ist, ist das GoPro. GoPro ist schuld, nein. Wenn man Scheiße herstellt. Passiert. Was ist das für eine Rotzkamera, Leute? Wir drehen einfach morgen nochmal. Marius, was passiert hier? Was ist angekommen? Wir haben Post bekommen vom lieben Tobi. Der hat uns einen Brief geschrieben. Der ist privat, den lesen wir nicht vor. Der ist super privat. Aber er hat was dabei getan und zwar diese Figur aus Watch Dogs 2. Warte, lass mich da mal so reinfilmen. Lass es halt genau so. Und das ist quasi Alpa. Wieso ist das Alpa? Weil ich lese den Beschreibungstext vor. Als der selbsternannte Anarchist der Gruppe ist Alpa hervorragend darin, sich über Dinge hinwegzusetzen. Über das Gesetz, über das System und über alles, was einem Vorschlaghammer nicht gewachsen ist. Das klingt nach mir. Wohle er auch vulgär und ungehogelt sein mag, ist der auch ziemlich unterhaltsam. Das ist wahr. Der ist eindeutig Alpa T. Aber da steht nicht wirklich Alpa, oder? Wrench heißt der. Der ist Wrench. Ich habe Watch Dogs 2 noch nicht gespielt. Könnte man ja mal einfach... Du bist doch jetzt Let's Player geworden. Jetzt wenn du mal Watch Dogs spielst und diese Figur neben dir stehen hast. Vielleicht, ja. Erstmal vielen Dank, Tobi. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Wirklich, 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 wirklich großartig. Sehr, sehr nett von dir. Hier ist die Figur. Man kann die lustige Maske auswechseln. Das Ding ist aber, man könnte ihn ja doch... Jonas macht da Platz im Regal. Fun Fact. Damals bei Texcalibur, das wir in Köln gemacht haben, hatten wir auch eine Watch Dogs Figur. Damals, als ich mit meiner Mutter im Bauch war, hatte sie auch eine Watch Dogs gesucht. Was war das für ein Spruch? Weiß ich nicht. Alfie, verstehst du den Spruch? Ja, das bist du manchmal nicht ganz... Alfie, verstehst du den Spruch? Verstehst du das, was Jonas da macht? Verstehst du, was Jonas da macht? Wenn man einfach die Kamera kippt, dann wird das einfach nur so ein Underblog. Ja, weil du ja ewig brauchst, um diese Figur da auszukehren. Ja, ich lasse mir Zeit, damit ich sie nicht kaputt mache, denn ich bin ja nicht der Heimwerker King. Ist das... Heimwerker King! Okay, Marius, da liegt das an der Arthritis, dass das so lange dauert. Guck, wie ich zitte. Da ist sie. Da ist sie. Und sie ist heilig im Leben. Ja, danke an den lieben Tobi. Und auch danke an die Firma, die uns das hergebracht hat, denn sie ist heil. Was? Dass du immer auf so ganz weirde Sachen kommst, wo man dann denkt, oh Gott, müssen wir uns jetzt kennzeichnen als irgendwas, weil du irgendeinen Scheiß erwähnst. Das ist immer verwirrend mit dir. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr! Hey! Da ist sie, da ist sie. Wow! Wow! Also pass auf, so mit Brille, jetzt wird's richtig creepy und jetzt nehme ich ihm die Brille ab, jetzt können wir ihn seine schönen Augen sehen. Wow! 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 Das ist creepy, oder? Guck's dir an, ey. Alter, das ist ja noch creepiger als keine Augen. Das ist richtig, ein richtiges Monster. Okay, jetzt machen wir mal ein anderes drauf. Was haben wir zur Auswahl? Also wir haben einmal so einen Zwinkern. Ja. Dann quasi tot. Und Joanie Boney hat jetzt Hashtags aufgezogen. Dann lass die Hashtags. Das ist der Hashtag, man. Hashtag! Das ist der coolere Hashtag, man würde ich sagen. Guck, und die können wir jetzt nehmen? Lass du, du, ich versuch daran zu. Lass mal so. Okay, er sucht die Schärfe. Ja. Er sucht die Schärfe. Ja, Mann. Guck dir den coolen Heisenberg an. Warte, das ist nicht scharf. Du kriegst nicht scharf hin. Der wird scharf die ganze Zeit dein Gesicht. So macht man's da immer, wenn man so eine schlechte Kamera in der Hand hat, ne? Wir machen die Leute immer so. Ja, schlecht, jetzt, 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 jetzt. Du musst einfach ins Licht, Alter. Weißt du, diese Kamera, das Lichtkamera. Und Godzilla. Das ist cool. Warte, warte, halt das mal so neben deinen Kopf. Das ist theoretisch, nein, nein, auf die Seite. Genau, und jetzt guck mal in die Kamera. Und ich schau, wie wir ängstigt. Und guck kurz an. Wird das das Funnel? Ja, und guck kurz an. Nein, ich will nicht, dass du in meinem Gesicht anfängst. Ich will nicht, dass du in meinem Gesicht anfängst. Ich hab unreine Haut. Meine Haut im Gesicht sieht so aus wie die Haut von Rainer Kallmund im... Ihr habt ganz schön spannende Dinge wieder erlebt mit uns. Schattenwolf. Ihr solltet diesen Kanal definitiv... Abonnieren. Ich wollt blocken oder ignorieren oder vergessen. Abonnieren. Und die Glocke anmachen. Abonnieren und... Wir brauchen so eine Glocke. Dann brauchen wir das nicht mehr zu sagen. Dann ist das... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, yes. Ja, shit. Abonniert uns und... Shame. 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 Game. Lame. Das waren aber nicht viele Worte, die gereimt haben. Nee, mir ist auch keins mehr eingefallen. Ich hab ja auch schon Game gesagt. Äh, checkt andere Videos von uns. Da und da. Und ansonsten, macht's gut, liebe Freunde. Ich hab euch alle lieb. Ihr seid hier.